Ask Us Anything. Mark, wie kommt man denn zu unserem Ask Us Anything? Wenn ihr am Anfang der Folge direkt auf unseren Discord gekommen seid, über den Shownotes oder die Links in der Videobeschreibung und dort am Holy-Gewinnspiel teilgenommen habt, könnt ihr auch direkt eine Frage im Discord dalassen. Es ist tatsächlich auch so, wenn ihr den Discord joint, werdet ihr ein bisschen rumgeführt von unserem Bot und der Bot fragt euch auch, ob ihr eine Frage bei Ask Us Anything stellen wollt. Das heißt, ihr kommt da sehr, sehr einfach hin. Dort könnt ihr eine Frage stellen. Stellt die Frage wirklich, wenn sie bei uns im Podcast von uns beantwortet werden soll. Wenn ihr eine generelle Frage habt, gibt es dort die Community-Frage Bereich. Unsere Community mit fast 1000 Personen steht auf jeden Fall bei euch Schlange, um eure Fragen zu beantworten. Die sind alle ganz lieb und ganz wunderbar. Dementsprechend guckt da mal rein. Und dann schreibt ihr einfach eine Frage und die beantworten wir. Schreibt bitte keinen Roman. Bücher können wir nicht lesen während des Podcasts. Aber ja, einzelne Fragen können wir gerne beantworten. Genau. Und da nochmal ein kurzer Shoutout an den guten Nudelforce, der mittlerweile auch Mod bei uns geworden ist. Und er hat mir nämlich ein sehr handy Dokument zukommen lassen, wo ich ältere Fragen leichter finden kann, als dass ich hier durch den Thread herum scrolle. Das heißt, wir werden jetzt random ältere Fragen auch picken, aber auch natürlich auf die neuen eingehen. Dementsprechend, ja, wenn ihr eure Fragen noch nicht beantwortet habt, dann nehme ich mal an, ist das jetzt eure Zeit. Und so zum Beispiel die Frage vom Adrian. Der schreibt, hallo ihr beiden, ich würde gerne mal wissen, welche Tipps ihr für Spieler habt, die zum ersten Mal auf einem Turnier teilnehmen wollen. Ich würde gerne beim MTG-Fest mitmachen. Das ist ja wieder topical, obwohl es Anfang letzten Jahres war. Bin mir aber nicht sicher, ob ich als jemanden, der noch nie bei einem FNM oder anderem Event war, dort reinpasse. Wie gesagt, Hinweis, mtgfest.de, da gibt es das zweite Radio Ravnica Community-Turnier. Und was sagen wir denn dazu? Jemand, der noch nie irgendwie in einem Laden mit fremden Magic gespielt hat, passt der denn bei so einem Event rein oder nicht? Einfach machen. Einfach machen. Es ist wirklich, also wir haben neulich schon mal eine Folge drüber gemacht, tatsächlich. Die kannst du dir auch gerne nochmal anschauen, wenn du das immer noch nicht weißt oder für alle Leute, die es gar nicht wissen oder sagen, ich bin mir nicht sicher, schaut nochmal rein. Wir haben da eine komplette Folge zu gemacht, was man so bei den Turnieren in 2024 so bedenken muss. Und da war unser Fazit genau das. Einfach machen, einfach reinkommen. Die meisten sind superlieb, supernett. Das passt schon, glaubt mir. Genau. Und gerade in Bezug auf unserem MTG-Fest, da auf jeden Fall. Also ich glaube, da wird es halt auf jeden Fall nochmal was anderes sein. Also wird es, glaube ich, noch ein bisschen, sag ich mal, freundlicher und kollegierer sein, als wenn man jetzt mal in einem Competitive-Turnier direkt teilnimmt. Und dementsprechend kommen wir einfach vorbei und jedem passieren Fehler. Daraus kann man eigentlich auch nur lernen. Dementsprechend. Komm auf jeden Fall rum. MTG-Fest.de. Und dann haben wir eine Frage von Black, der schreibt, moin Robin, moin Marc, welche Kartenmechaniken beziehungsweise Effekte würdet ihr aus Magic komplett entfernen oder abändern? Bei mir wären das Counterspells, ohne Counterspells wäre Magic eine schönere Welt oder Counterspells bräuchten einen zusätzlichen Malus, sowas wie dein genutztes Mana enttappt nicht während deines nächsten Zuges. Ja, gibt's da Mechaniken, die du, ja, dir direkt rausstreichen wollen würdest aus der Geschichte von Magic? Ja, tatsächlich. Eine. Ja. Und ganz kurz muss ich dazu einmal reingehen, also Kauterspells sind großartige Erfindungen und Kauterspells und Removal sind gar nicht so unterschiedlich. Viel schlimmer ist Escape. Escape ist eine Fähigkeit, die einfach nicht hätte existieren müssen. Uro ist für mich eine der schlimmsten Karten aller Zeiten, die die designt wurde, weil sie einfach Dreck ist, weil sie immer wieder kommt. Sie ist nicht wie Flashback, wo es nur einmal passiert, sondern diese Fähigkeit, die halt auch mit Combo-Karten, die jetzt zum Beispiel auch in CDH gespielt werden, mit den, wie heißt die rote Verzauberung? Underworld Breach. Das Underworld Breach alleine und diese Fähigkeit Escape hat schon dazu geführt, dass ich fast mit Legacy aufgehört habe. Oh, wow. Weil Uro ist zum Beispiel und auch Underworld Breach ist halt in anderen Formaten gebannt und es war schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre damit auf und spiele irgendwas anderes. Ob es Modern ist oder irgendwas, ist mir total egal. Hauptsache ich muss die Fähigkeit Escape nie wieder sehen. Ganz schlimme Fähigkeit. Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es fühlt sich schon so ein bisschen an, als ob es halt ja nicht ganz durchdacht war, dass die Karte danach gehen, nicht geexiled wird oder so. Ich verstehe die Intention, auch vom Design her, dass man halt den Friedhof immer wieder nutzen kann mit den gleichen Karten, aber wenn es nicht gebalanced ist, macht es keinen Spaß. Also gerade wenn sich die Friedhöfe von alleine auffüllen. Ich glaube, eine Mechanik, die ich aus Magic nicht entfernen wollen würde, aber die ich gerne limitieren würde in dem Einfluss, den sie hätte, sind eigentlich alle Infinity Mechaniken, die sie in Black Border gedruckt haben. Einfach nur aus dem Grund, weil ich mag Silver Border. Sticker, ich mag keine Sticker, ich mag keine Attractions, ich mag keine Contraptions oder was auch immer es da geben soll. Für mich gerne alles Commander behalten, alles in Casual behalten, das ist mir komplett fein. Aber ich finde nicht, dass sich damit, ja, Turnierspiele auseinandersetzen. Als ich letztens bei einem Power-Bot-Turnier gesehen habe, wie jemand seine, ja, seine Stickerkarten, weil er den Name-Sticker-Goblin gespielt hat, ähm, da zurechtgemischt hat, dachte ich mir so, nee, das muss ja auch nicht sein. Mache ich aktuell im Legacies, aktuell im Legacy Tier 1 und musst du aktuell machen und dann musst du dich auch, äh, meine Google-Anfragen sind Sachen wie which are the best, äh, Sticker for Name-Sticker-Goblin und die erste Antwort, die du irgendwo findest, glaube ich, auf Reddit war, alter, dass ich mich damit überhaupt auseinandersetzen muss, ist so traurig, aber. Ja, total und halt, wie gesagt, ich, ich hab, ich, ich liebe wirklich Uncarts, ich habe einen Riesen-Stapel, äh, Uncarts und will damit auf jeden Fall auch irgendwie so ein Cube mal oder sowas bauen oder. Oh, sehr cool, ja. Ich würde die halt auch, ich würde die halt auch irgendwie in Commander ohne Probleme spielen und dann halt einfach Rule Zeroen, aber ich finde halt, sobald man sich halt auf einer Competitive-Ebene damit auseinandersetzen muss, ist irgendwie, macht's keinen Spaß mehr. Es ist so wie, es ist witzig, wenn du irgendwie ein Videospiel spielst und dann irgendwie mal eine Time-Waste-Aufgabe hast, wo du irgendwie zehnmal im Kreis laufen musst und dann zehnmal in die andere Richtung laufen musst, aber wenn das das ganze Spiel ist, denkst du dir so, das ist einfach nur Kacke. Danke dafür. Genau. Die nächste Frage ist von XKalle, der schreibt, könnt ihr mir, könnt ihr die Begriffe CEDH oder EDH genauer erklären? Für diejenigen, die manche Begriffe noch nicht kennen oder zum Beispiel, was man unter Flickr und so weiter versteht, gerade so neue Spieler sind oftmals überfordert. Ich glaube, hier geht's weniger um die eigentlichen Begriffe selbst, sondern mehr halt um so das Magic-Lingo. Ja, wie weit kannst du da so die wichtigsten, kann man das einfach so aus dem FF, sag ich mal, sagen? Oder ist das schon fast schwieriger, die wichtigsten rauszufiltern? Es ist schwierig. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, sowohl im Store oder auf Turnieren oder auch, wenn ich Videos drehe. Beim Store und Turnieren nur, wenn ich merke, dass die Personen nicht so viel Ahnung haben. tatsächlich dieses, okay, dann wird die Karte geflickert, das bedeutet, also dass ich immer diesen Begriff sage und gleichzeitig immer noch dabei sage, was das bedeutet. Im Podcast kommt es schon mal ganz oft vor, dass wir dann noch sagen, okay, wenn die Karte zum Beispiel irgendwie, ja, die trampled halt oder die flickert halt oder die mildt halt, dann versuchen wir es immer noch mal zu erklären und da halt noch mal darauf einzugehen. Das schaffen wir nicht immer, weil wir sind halt auch ein Franchise und für uns sind halt die kleinsten Begriffe vollkommen normal und herauszufinden, welche Begriffe nicht normal für Anfänger sind, ist wirklich eine Höllenaufgabe. Ich weiß, dass unsere Kollegen von Magic Blocks haben mal angefangen, so ein Einmaleins, so ein Wörterbuch des Magics irgendwie zu machen. Oder war es Chibi? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gab es wirklich so eine, gab es jemanden, der hatte so ein, so ein, so ein, okay, was bedeutet Flicker? Was bedeutet, also wirklich dieses Übersetzen von, von der Lango, von der Sprache her. Und das ist eine Heiden-Heiden-Arbeit, die sich nicht rentiert und nicht lohnt. Dann ist es besser, wie gesagt, so diesen Sprech sich anzugewöhnen, dass man sagt, okay, und die Karte, die, die exilt halt. Das heißt, sie geht nicht in den Friedhof, sondern geht halt in die Exile-Zone, dass man sich diesen Sprech einfach angewöhnt. Genau. Oftmals kann man sagen, sind viele Karten oder viele Effekte basieren auf Karten, die den Namen beinhalten. Also sowas halt wie Flicker ist halt Ghostly Flicker, wo halt Karten geexilt wieder zurückgebracht werden und das dann quasi Short-Term für diese Art von Effekt. Oder ein schwarzer Zwei-Mana-Removal-Effekt mit einer Einschränkung wird für häufig auch als Doom-Blade-Effekt oder sowas gemacht. Oder als Terror oder sowas. Fock-Effekte. Genau, Fock-Effekte, sowas halt. Oder ein rotes Mana für zwei Schaden ist halt Schock plus X. Oder so gibt's halt ganz viele Sachen. Oder jede Karte, die halt zwei Schaden schießt, ist halt Schock. Genau, genau. Und da kommen ja zum Beispiel die sogenannten Schock-Länder her, da sie zwei Schaden an einem schießen. Und solche Sachen zu erklären, ist, glaub ich, einfach eine Mammut-Aufgabe an Videos, die, ich glaub, einfach keiner leisten kann und keiner leisten möchte. Weil da musst du gefühlt 24-7 streamen und kannst vor allem dann irgendwann wieder vorne anfangen, weil sich Dinge einfach ändern. Das ist einfach so ein Anfänger-Guide dafür zu machen, ist fast unmöglich, meiner Meinung nach. Ja, total. Aber im Endeffekt, was halt oftmals hilft, ist einfach, die Sachen zu googeln, wenn man irgendwas nicht versteht. Und häufig, also ich mein, Google ist so ein bisschen, ja, Googles halt einfach, aber halt wirklich, so hab ich's halt auch bei vielen Sachen gelernt. Halt wirklich, ich hab tatsächlich so lange gesucht, bis ich verstanden hab, warum Fetch-Länder und Schock-Länder so gut sind, als ich angefangen habe. Und wenn da jemand sagt, Fetch-Schock-Thoughtsies, was zum Teufel das heißen soll? Das hat mir echt ein bisschen was gedauert, bis ich das gecheckt hab. Aber, wie gesagt, meistens hat irgendjemand anderes schon mal diese Frage gestellt und meistens geht's auf irgendeine Karte zurück, die das halt eben zum ersten Mal gemacht hat und was sich dann halt irgendwie so reingebracht hat. Genau. Genau. Und dann gehen wir mal zu etwas frischeren Fragen. Einmal von Scully haben, äh, von Scully89, äh, dort wird gefragt, äh, wurde jemals der Kartenrücken von Magic aktualisiert? Steiligt mich, aber ich finde die ganzen, äh, alten Rahmen vor Modern echt nicht schön. Ich spiel aber auch erst seit einem Jahr. Äh, eine spannende Frage, vor allen Dingen jetzt, wo es auch immer mehr, äh, Spiele gibt. Ich denk so an Lokana, äh, zum Beispiel, die halt den Kartenrücken ja auch als quasi Spielelement nutzen. Also, wenn du eine Karte verdeckt hinlegst, ist sie halt im, im, im Mana-Pool sozusagen, im Inkwell und können dann getappt werden. Ja, wurde der Kartenrücken schon mal aktualisiert und vielleicht die interessantere Frage, würdest du den Kartenrücken denn mal aktualisieren wollen? Also, der alte Mann mit seinem grauen Bart kann euch wieder was erzählen. Setzt euch hin, macht's euch bequem am Kamin. Es gibt Kartenspiele, die tatsächlich den Kartenrücken verändert haben. Munchkin ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, das liegt daran, dass man eben dann Expansions, also Erweiterungen aus dem Kartenstapel heraussortieren kann. Diese Idee war tatsächlich auch bei Magic the Gathering gegeben. Das erste Set, Alpha, Beta und, ähm, ich glaub bei, ne, Alpha, Beta und dann kam ja schon ein Ding, ähm, waren die, diese braunen Kartenrücken, die, die wir bis heute kennen. Ja. Und die erste Idee mit dem ersten Set, Arabian Nights, war die Kartenrücken in rosa, also in so einem Knatsch, Magenta, Pink, irgendwas zu drucken. Denn man wollte irgendwas haben, um die Karten, die Kartenrücken verschieden zu machen, damit man die Editionen rausmachen kann. Dass man sagen kann, hey, also, hey Robin, hast du nicht Bock Magic zu spielen? Und du sagst, ja, ich hab da voll Bock drauf, aber ich mag zum Beispiel die Erweiterung XY nicht. Und ich sagen kann, kein Problem, dann nehm ich die aus meinem Stapel raus. Das war die Grundidee. Und da wurde ganz, ganz lange dran gearbeitet. Wirklich lange. An diesem rosa Kartenrücken wurde ganz, ganz lange gearbeitet. Und ich glaub eine Nacht oder zwei Nächte, bevor das Set released wurde, also angefangen wurde zu drucken, hat man sich umgeändert und hat gesagt, nee, wir machen das einfach mit diesem Kartensymbol, was wir einfach, sagen wir, so in die Mitte rechts packen. Da packen wir bei Arabian Nights, machen wir ein Schwert hin. Und so wurden Editionssymbole gefunden. Seitdem ist der Kartenrücken von Magic nicht aktualisiert oder erarbeitet worden. Es sei denn, es sind Missprints, Failprints und so weiter und so fort. Aber der eigentlich Kartenrücken wurde nie geändert. Ja, das ist auch super spannend. Also gerade so die Anfangsgeschichte von Magic, da gibt's halt fast so wie zum Beispiel bei vergleichbaren Sachen wie so World of Warcraft. Da gibt's ganz viele so Mysterien und so beinahe Eventualitäten, wo du denkst, okay, krass. Zum Beispiel bei World of Warcraft Outlands war teilweise als ein weiteres Gebiet geplant in Vanilla. Wow, nicht als Expansion und so. Und genauso war's halt für mich, ist das so eine Info wie bei Magic the Gathering, dass es Magic eigentlich immer oder the Gathering immer ersetzt wird mit dem aktuellen Set. Also das zweite Set sollte Magic Arabian Nights heißen. Genau. Und dann irgendwann Magic Odyssey oder sowas. Das ist halt immer, das ist quasi das erste Set, die hieß The Gathering und halt nicht Alphabeta Unlimited. Und dementsprechend, ja, es ist halt einfach so eine lustige Sache, wie es halt eben weitergeht. Im Endeffekt mit der Namensänderung, wenn ich das richtige Minderung habe, war es dann ein Licensing-Problem, weil man Magic einzeln halt nicht licensen konnte, sondern nur im Zusammenhang Magic the Gathering. Und so wurde dann quasi Magic the Gathering, Arabian Nights und dann halt alle anderen Sets. Das war tatsächlich von Anfang an. Also dieses The Gathering wurde tatsächlich eingeführt, weil man Magic nicht licensen konnte. Ja, genau. Und dann hat man das gelicensed und dann hat man festgestellt, Magic Arabian Nights kann man nicht richtig licensen. Deswegen gibt es diese rosa Kartenrücken, da steht auch Magic the Gathering Arabian Nights drauf, weil man das Gathering dann einfach beibehalten hat. Und das Ganze mit dem mit dem Arabian Nights kam dann später tatsächlich. Und deswegen ist es so spannend. Das ist so viele Sachen, die da gemacht haben. Und vor allem muss man sich überlegen, was würde das heute bedeuten mit hunderten Sets, die wir haben, mit hundert verschiedenen Farben an Kartenrücken und 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 das würde so eine weirde Sache sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, gerade bei der Frage, Magic wäre nicht da, wo es wäre, wenn es den Kartenrücken angepasst hätte. Also wie gesagt, es gibt Ausnahmen, sowas wie hier gibt es ja noch diese Challenger Decks, also nicht Challenger Decks, diese World Championship Decks zum Beispiel, die hatten ja diesen goldenen Rand vorne und hinten so irgendwie Berlin draufstehen oder Chicago oder so. Und ja, das ist so die Ausnahme. Total. Die nächste Frage ist von TheMathMage90. Dort wird gefragt, werdet ihr euch das neue TCG Star Wars Unlimited anschauen oder konntet ihr es bereits schon reinspielen? Ja, Star Wars Unlimited steht ja auch bald an. Wie stehst du denn zu Star Wars Unlimited? Konntest du schon spielen? Wie ist deine Meinung dazu? Hast du Bock? Also spielen ja ein bisschen. Nicht viel, aber wirklich ein bisschen. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Es ist ganz nett gemacht. Ich bin tatsächlich eigentlich ein relativ großer Star Wars Fan. Mhm. Aber irgendwie bin ich da noch nicht so richtig drin, wo ich sage, boah, das wird's. Es ist noch nicht so wie bei Locana, wo ich gesagt habe, Locana wird geil. Leute, macht euch da drauf befasst. Sondern es ist so, ja, Star Wars Unlimited wurde angekündigt. Sie haben hier und da mal so ein paar Promos rausgemacht. Und jetzt haben wir den Pre-Release vom ersten Set. Und so ein paar Stores sagen, hey, das ist cool, das ist der neue Shit. Ich weiß nicht, ob ich in der falschen Bubble bin, aber ich höre halt fast nichts davon. Und ich bin gespannt bei Keep7, wenn wir da sind, werden wir's ja noch mal spielen können. Dann kann ich's wahrscheinlich hoffentlich auch ein bisschen ausgiebiger spielen. Ja. Dann wird's vielleicht noch mal interessanter. Ich weiß, du hast schon mal reingespielt, auch auf der Spielemesse auch genau, oder? Genau, ich hab eine Runde gespielt und da hat sich's noch ein bisschen komisch für mich angefühlt. Wenn ich das richtig verstanden hab, bekomm ich, glaub ich, noch so ein kleines Paket mit Starterdecks und so weiter. Und da muss ich halt auch sagen, erst mit dem Spielen zu Hause in Ruhe und mit dem Auseinandersetzen der Karten, hat sich zuerst so bei mir so ein bisschen dieses Gefühl breitgemacht, von wegen, ah, ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Ich werd's mir definitiv anschauen und halt auch mal reinschauen, was halt da so für das Ding irgendwie, wie das funktioniert, ob das was Spannendes sein kann. Ich muss aber auch sagen, dass also neben Locarno, was ich so ein bisschen nebenbei spiele und halt Magic als mein Hauptspiel, ein drittes TCG wahrscheinlich wirklich keinen Platz mehr hat. Zweites ist schon teilweise schwierig. Zweites ist schon echt halt schwierig, bis zu dem Punkt, dass ich gesagt hab, okay, Locarno ist bei mir filthy casual-Modus. Ich hab mein Sieben-Zwerge-Deck mittlerweile und werd mir mein 100-Dalmatiner-Deck bauen und das war's dann. Und bei Star Wars Unlimited, ich muss halt wirklich gucken, was sie da vorhaben. Also, ich weiß auch nicht, ob's dazu irgendwie ein Video geben wird oder so, aber ich wär auf jeden Fall nicht abgeneigt, da mal irgendwie tiefer reinzuschauen. Aber ob's halt wirklich lange Platz findet irgendwie in meinem Alltag, weiß ich noch nicht. Aber was ich sagen muss, ist, ich find die Artworks, die sind auf jeden Fall ein bisschen weird. Die haben so einen komischen Comic-Stil, der aber nicht ganz schlüssig wirkt. Also, es wirkt nicht so wie bei Locarno, wo du ein Artworks siehst und denkst, wow, das sieht richtig cool aus, und es wirkt so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, für welchen Stil ihr da gegangen seid. Aber ich find's... Sie versuchen halt gleichzeitig die Generation, die mit hier Clone Wars aufgewachsen ist und gleichzeitig die Leute, wo's die Filme noch nicht gab, sondern nur Comics. Also, ich bin's bewusst, dass die Comics erst später kamen und auch die Bücher später kamen. Aber so nach dem Motto, die Leute, die halt die ersten, zweiten und dritten Filme geguckt haben, danach jahrzehntelang nur Comics geguckt haben und halt die Personen, die halt Generation 1, 2 und 3 und halt, na ja, Clone Wars, das versuchen sie irgendwie zu manchen. Das find ich irgendwie ein bisschen weird. Ja, total. Aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie da der Release so läuft. Aber genau, vielleicht eine letzte Frage noch vom Sabo. Der fragt, wann siehst du, Marc, Robin auf die helle Seite der Macht, in Klammern Legacy, und er löst ihn von dem winzigen Cardpool, mit dem er auskommen muss, in Klammern Pioneer? Was auf gar keinen Fall eine Suggestivfrage mit drin ist. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Also prinzipiell haben wir das schon gemacht. Ja. Also ich besitze immer noch diese Möglichkeit, dir ein Reanimator-Deck zuzukommen zu lassen, weil das ist ja das, wo du am meisten Interesse dann gezeigt hattest. Ja. Ist da tatsächlich auch interessant. Prinzipiell muss ich sagen, finde ich es tatsächlich sogar entspannend, gerade für uns als Podcast, dass wir eben Versila aufgestellt sind. Total. Und ich glaube, du bist auch gerade durch diesen winzigen Kartenpool, anführungsstrichen, weil der ist gar nicht so winzig, wenn man sich es mal richtig überlegt, in Pioneer auch genau deshalb tatsächlich auch ein bisschen glücklicher von dem, wie du es überblicken musst. Und ich bin halt sehr, sehr glücklich in Legacy, weil ich halt einen riesigen, fast unendlichen Kartenpool habe, aus dem ich Karten herausnehmen kann und mit denen ich mir überdenken muss, ob diese Karte sich lohnt zu kaufen oder nicht. Und das ist halt genau mein Ding. Aber das muss man auch mögen. Deswegen, ich finde es immer schwierig, da Wertungen reinzubringen. Ich sage persönlich halt, ich finde Legacy großartig, modern, ja, sage ich besser nichts zu. Und wenn ich nicht Legacy spielen kann, spiele ich halt Pioneer. Und wenn ich das nicht spielen kann, dann muss es halt Commander sein. Wenn ich das nicht spielen kann. Also man hat natürlich eine eigene Abstufung. Aber dass wir immer eine Runde Legacy spielen, das steht noch auf dem Plan. Das ist kein, das passiert noch drauf. Also ich habe überhaupt keine Abneigung Legacy gegenüber, außer vom Pricetag her. Aber gerade mit Light Decks oder so was ist es natürlich schon was, wo ich mir irgendwie denke, ah ja, das kann ich mir schon sehen. Und gerade, weil sich halt preislich, klar, es ist nur ein Sprung zwischen Modern und Legacy drin, aber ich muss sagen, einfach von dem Gefühl her, dann würde ich tatsächlich aktuell eher tendieren, Legacy zu spielen als Modern. Weil ich finde, wenn man in Modern sowieso so einen Legacy-Light-Modus irgendwie drin hat, mit seinen Free Spells und Combo-Geschichten, dann will ich eigentlich auch das volle Programm haben, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, ich muss auch sagen, winziger Cardpool, manchmal wirkt in den Eternal-Formaten so ab Modern auch der Cardpool fast schon ein bisschen kleiner, weil man auch immer die gleichen Karten irgendwie sieht. Also gerade in Modern halt eben diese Modern Horizons-Karten, One Ring Bowmaster, du hast halt natürlich deine broken Sachen, die dann gerade in Legacy für Commander gedacht waren, aber sich dann irgendwie nicht durchziehen, also die Karten mit der Initiative oder Namesticker Goblin und all diese Geschichten. True Name Nemesis im allerersten Commander-Set und im zweiten Commander-Set. Und dementsprechend ist, also du hast zwar theoretisch gesehen einen größeren Cardpool, aber auch gar nicht so ein bisschen die Auswahl, weil viele Sachen sich einfach ausschließen aufgrund des Power-Levels her. Aber ich sehe natürlich den Reiz und ich glaube halt auch, was uns im Podcast natürlich auch so ein bisschen zugutekommt, was du halt auch meintest, wir hyperfokussieren uns nicht auf eine Sichtweise. Weil wenn wir jetzt beide Legacy spielen würden oder wir würden beide Pioneer spielen, ich glaube, wir würden dann bei Previews halt nur in diesen Rastern denken und sagen, oh, das wäre für Pioneer und das wäre für Pioneer und dann würden wir quasi in den Podcasts kommen. Und wir denken ja schon in den starken Rastern. Genau, das kommt noch dazu. Aber genau. Das dazu noch eine Frage von Ask Us Anything. Und wenn ihr da eine Frage habt für eine kommende Folge Ask Us Anything, dann schreibt es uns sehr gerne ins Discord. Macht beim Holy-Gewinnspiel mit, sichert euch noch euer Loose-Top für ein Deluxe-Starter-Set und stellt eure Frage ins Ask Us Anything. Und damit, mit Blick auf die Uhr, sind wir auch schon am Ende von Folge 232 gekommen von Radio Raffnika. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, indem ihr uns bei YouTube abonniert. Einmal Gameery, einmal Empty G-Black Set. Gerne, gerne vorbeischauen, unseren fabelhaften anderen Content noch mit konsumieren. Dann gibt es natürlich auch auf Spotify die Möglichkeit, uns zu unterstützen oder Podcasts, wenn da eine Bewertungsfunktion mit drin ist. Fünf Sterne, sichert euch den perfekten Draw, die perfekte Eröffnungswand für eure nächste Runde Magic the Gathering. Wir haben natürlich auch noch Social Media, Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und auch noch mal vielen Dank an Holy und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com slash Radio Raffnika und den Codes Raffnika10 beziehungsweise Raffnika5 10% sparen könnt, beziehungsweise 5 Euro sparen könnt auf euren Erster-Hinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt damit noch indirekt. Und ich hab's eben schon mal gesagt, ich sag's jetzt grad noch mal, wir haben ein Gewinnspiel gerade laufen für drei Starter-Sets von Holy. Einfach dafür in Discord gehen, euer Emoticon da anklicken und ihr seid schon im Lospool. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf Patreon.com slash Gamery und einen besonderen Dank geht da an unsere Gold-Unterstützer namentlich zu nennen werden da Adrian S, Biker X, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, Easy Reader 24, Generalgötterspeise, Janweb, Siren, Sascha H, Simonem, Steffen H und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.